Es juckt, es brennt, du könntest die ganze Zeit nur rumkrabbeln und auch der Ausfluss, der scheint ein bisschen anders auszusehen. Du denkst, du hast eine Pilzinfektion und möchtest du jetzt bestmöglich auch selbst behandeln. Ich gebe dir jetzt mal fünf gynäkologische Tipps mit auf den Weg, wie man eine Pilzinfektion wirklich und richtig und langfristig gut behandelt. Viel Spaß bei der Folge. Statistisch gesehen haben drei von vier Frauen einmal im Leben eine Pilzinfektion. Also trifft es so fast jede Frau einmal. Und am liebsten würde man das Ganze natürlich jetzt mal schnell wegbehandeln. Und da gibt es diverse Tipps auch aus dem Internet. Ich sage nur Naturjoghurt und Tampon. Was es damit auf sich hat und ob das so sinnvoll ist, erzähle ich am Ende dieses Videos. Jetzt wollen wir aber erst mal gucken, was es wirklich für wissenschaftlich belegte Möglichkeiten gibt, die Pilzinfektion schnell wieder loszuwerden. Mein Name ist Dr. Medcon-Sin-Den-Wagner. Ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich dich aufschlauen, um dir selbst besser helfen zu können. Ich gebe dir also mein Fachwissen ganz umsonst einfach so. Und was du mir als Dankeschön da lassen könntest, wenn du da sehr dankbar bist, wäre ein kleiner Klick hier unten. Ein Abo für meinen Kanal. Danke. So und auch wenn du dich fragst, wann kommt er endlich zum Punkt, wann kriege ich meine fünf Tipps mit auf den Weg, möchte ich eins noch ganz kurz vorweg sagen. Nicht jeder Juckreiz in diesem Bereich ist eine Pilzinfektion. Vor allem nicht der Juckreiz, der immer und immer wieder kommt. Und du hast dir schon diverse Cremes und Zäpfchen etc. geschmiert und gesteckt und gemacht. Und trotzdem juckt es immer weiter. Das kann etwas komplett anderes sein. Und ich erlebe immer wieder, dass Frauen und auch das Fachpersonal aus den Gynpraxen sagen, ja, das wird eine Pilzinfektion sein. Nein, behandeln Sie mal und es wird nicht besser, weil es nach ein, zwei Wochen wieder aufploppt. Was das sein kann, da habe ich schon was im Kopf. Guck dir dieses Video einmal an. Es gibt nämlich noch andere Gründe für Juckreiz an der Vulva. Und das große Problem der letzten Jahrzehnte ist OTC, Over-the-Counter-Präparate. Bedeutet, du hast einen Juckreiz und sagst, oh, ich rufe mal bei meiner Frauenärztin an. Die Praxis sagt dir, ja, das könnte natürlich ein Vaginalpilz sein. Gehen Sie doch mal in die Apotheke und holen Sie sich ein Pilzmittelchen. Das nennt man Over-the-Counter. Das heißt, ohne eine Diagnostik, ohne zu wissen, ist es überhaupt eine Pilzinfektion, wird jetzt ein Medikament gegeben, was eventuell vorhandene Pilzsporen und Pilze auch resistent machen können. Ja, Pilze werden genauso wie Bakterien bei Antibiotika resistent gegen die Antimykotika, also die Pilzmittelchen. Wie würde es besser laufen? Und das ist ein absolutes gesundheitspolitisches Problem, denn die Frauenarztpraxis meint das ja nicht böse. Sie hat einfach keine Zeit, jetzt eine Patientin einzubestellen, sie auf den Stuhl zu setzen, eine Untersuchung zu machen, zu mikroskopieren und da festzustellen, das ist gar keine Pilzinfektion, denn das Zellbild sieht völlig normal aus, ohne irgendwelchen aktuellen Pilzsporen oder Pilzhüfen, wie sie auch heißen. Die Realität sieht so aus, wie ich es gerade beschrieben habe, mit dem kurzen Anruf oder man ruft gar nicht mehr an, googelt kurz und geht direkt zur Apotheke. Das nächste Problem in der Apotheke gibt es Rezeptfreipräparate, die aber nur sehr kurz sind, drei Tageskuchen zum Beispiel. Damit kann es sein, dass man die zwar am Anfang eine Besserung verspürt, wenn es wirklich eine Pilzinfektion war, und das Ganze aber nach einer Woche schon wieder aufploppt, weil nicht alles erwischt wurde. Man bräuchte also längere Kuren und längere Therapien. Alles ein gesundheitspolitisches Problem, da meint das keine Gynpraxis böse, da meint das die Patienten schon gar nicht böse, sondern es ist einfach keine Zeit und kein Honorar da, um diese Frauen, die dort anrufen, adäquat zu diagnostizieren. So, jetzt habe ich genug gelabert, jetzt kommen wir wirklich zu den Tipps, aber das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Erstens, ist es überhaupt eine Pilzinfektion? Ja, nein. Und wenn ja, dann gehört sie therapiert und zwar richtig. Und was ein Vaginalpilz genau ist, wie der sich äußert und wie eine Diagnostik aussieht, da habe ich dir auch schon ein Video zu gemacht, jetzt geht es wirklich um die Therapie. Und therapiert wird ausschließlich die symptomatische, akute Pilzinfektion. Du musst also Probleme, Beschwerden haben. Bist du bei der Krebsfrüherkennung, wir haben Abstrich gemacht, gucken unter das Mikroskop und sehen dort vielleicht ein, zwei Pilzhüfen, und du hast gar keine Probleme, muss man das mitunter überhaupt nicht therapieren. Das ist auch wichtig, es sei denn, du hast irgendeine andere Erkrankung, eine Immunsuppression oder aber bist schwanger. Dann gehört so eine Pilzinfektion in jedem Fall therapiert. Und ja, du hast schon rausgehört, Vaginalflora, Vaginalsekret, besteht aus vielen hunderten Bakterien, tausenden von Viren und auch Pilz gehört dazu. Es ist eine normale Besiedelung. Das Problem ist, wenn diese Balance von diesen ganzen Keimen ins Gegenteil umschlägt und die Keime eben überhand nehmen, dann gibt es eine Infektion. So, das Erste, was man macht, ist eine adäquate Therapie. Und das geht gut, wissenschaftlich und evidenzbasiert mit Clotrimazol plus Milchsäure. Und diejenigen, die hier auf dem Kanal schon auf und ab alles geguckt haben, wissen ganz genau, warte mal, der hat doch erzählt, dass Pilze Milchsäure lieben, dass die damit mehr und besser wachsen und dass es völlig kontraproduktiv ist, wenn ich eine Pilzinfektion vermute, mir Milchsäure-Zäpfchen reinzuschieben, weil ich dadurch die Pilze quasi noch animiere, weiterzuwachsen. Stimmt genau. Da habe ich keinen Müll erzählt vor einiger Zeit, sondern es ist genau richtig. Wenn aber viel Zellteilung passiert bei den Pilzen und viel Wachstum ist, sind sie auch sehr, sehr viel angreifbarer für das Mittelchen, was dazu beigesteuert wurde, das Clotrimazol. Und das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie bei einer Krebserkrankung, die sehr aggressiv ist. Die sprechen nämlich wahnsinnig gut auf zum Beispiel Chemotherapie an, weil da sehr viel Zellteilung passiert. Also die Diagnose aggressiver Tumor etc. ist natürlich furchtbar, furchtbar schlimm, aber die Chemotherapie greift besser als bei einer nicht aggressiven Form, wo wenig Zellteilung ist. Und genauso ist es eben bei den Pilzinfektionen. Und deswegen Clotrimazol als Wirkstoff das Beste plus Milchsäure. Und da gibt es quasi fertig Kombipräparate. Ja, nochmal für den Hinterkopf. Pilze lieben Zucker und lieben Milchsäure, was ja unterm Strich dann irgendwie auch Zucker werden kann. Also müssen wir hier auch gleich bei einem weiteren Tipp dran denken, was ich jetzt erzählt habe. Sie lieben Zucker und sie lieben Milchsäure. Ob es dann so viel Sinn macht mit diesem Joghurt-Tampon etc., das klären wir gleich noch. Jetzt ist die Frage, ist nur, was heißt nur, ist die Vagina betroffen, der innere Teil des weiblichen Geschlechts? Wir erinnern uns an den Biologieunterricht in Klasse 4 und 5. Oder ist auch die Vulva der äußeren Geschlechtsmerkmale betroffen? Dann hilft mir natürlich vielleicht das Zäpfchen oder die Creme, die man vaginal appliziert, nicht so doll. Man braucht auch noch eine Creme hier außen. Auch da gibt es das Präparat quasi als Creme und als Zäpfchenform kombiniert, je nachdem, was und wo was betroffen ist. Wie lange wende ich das an? Mindestens und auch je nach Ausprägung mindestens drei Tage, wenn nicht sogar sechs Tage bis die Woche halt. Und vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, und das haben irgendwann alle, wenn es wirklich eine Pilzinfektion war, oh, jetzt ist es nach zwei, drei Tagen schon viel besser. Vor allen Dingen an der Vulva würde ich mit der Creme dann einfach nochmal vier Tage weiter schmieren. Ein- bis zweimal täglich. Dass wir wirklich auch die letzten Pilze, die da aktiv sind, erwischt haben. Sonst setzen wir ab und es sind drei, vier, fünf übrig und die sagen, wunderbar, wir reichen, um uns wieder zu vermehren. Und schon hat man eine Woche später das Rezidiv und das Ganze geht wieder von vorne los. Also wirklich ausreichend lange therapieren und das ist ein bisschen nach Ausprägung und nach Zellbild. Also drei Tage mindestens, ihr hört es schon raus, ich tendiere eher dazu, aus den drei Tagen Sex zu machen oder sogar die Woche voll zu machen. Zweiter wichtiger Tipp, die schönste Nebensache der Welt, nicht Fußball oder so, sondern eben der Geschlechtsverkehr. Bitte, bitte vermeiden. Hat mehrere Gründe. Erstmal, es ist glaube ich logisch, wenn man am Arm eine Infektion hat, eine offene Stelle, ein Eczem, was auch immer. Dann würde ich da jetzt auch nicht alle zwei, drei Tage dran rumreiben wie so ein Blöder, weil dann würde das alles wieder aufgehen und ich hätte wieder eine Eintrittspforte für auch andere Keime. Nächster Punkt ist, das Ejakulat des Mannes ist leider recht basisch. Also das heißt leider, das ist so naturgewollt und kann dadurch den Vaginal-PH auch weiterhin verändern, ins Basische, also ins nicht mehr so saure. Wir haben aber schon gehört, irgendwie ist ja der Vaginal-PH um die 4, 4,5 ist auch wichtig, vor allen Dingen für diese Mikrobiota, also die Flora, wie man früher immer gesagt hat, dass das alles gut zusammenpasst und harmoniert. Ein bisschen zu Basis, schon können andere Keime, vor allem Bakterien, weiter und besser überleben und auch die Pilze können sich dadurch besser ausbreiten. Wir haben also schon wieder eine Disbalance und es kann vom Pilz direkt in eine bakterielle Infektion übergehen. Deswegen Geschlechtsverkehr, selbst wenn es mit einem Kondom ist, bitte, bitte vermeiden. Die Reibung ist auch nicht toll für eine wunde Stelle der Vagina zum Beispiel oder auch der Vulva. Und unter uns, das gilt auch für Uralverkehr. Also das sollte man jetzt auch tunlichst vermeiden. Das Gemeine ist, wie so oft, und da bin ich als Gynäkologe immer sehr, sehr sauer, die Männer haben leider seltenst Probleme. Selbst wenn sie da eine ganze Ladung Pilze abbekommen, kriegen die ganz, ganz selten einen Pilz am Penis. Und deswegen haben die Männer meistens nichts und die Frauen sind die Leidtragenden und deswegen bitte auch bei dem Uralverkehr darauf achten. Große Frage, die immer in der Praxis kommt, muss ich Partnerinnen, Partner jetzt mitbehandeln? Nein, da ist sich die Wissenschaft einig. Es sei denn, sie haben Symptome und haben eine Pilzinfektion, dann natürlich, aber sonst müssen asymptomatische Partnerinnen, Partner nicht mitbehandelt werden, wenn du jetzt eine Pilzinfektion hast. Dritter wichtiger Tipp, wird immer unterschätzt, total unterschätzt. Dabei ist es relativ leicht umzusetzen, für manche auch gar nicht so leicht. Ich selbst würde da auch ziemlich japsen. Aber wenn du auf Kohlenhydrate verzichtest, dann entziehst du quasi den Pilzen die Nährstoffe. Sie lieben Zucker, sie brauchen Zucker, um zu überleben. Und jetzt geht es nicht darum, dass man jede Nudel in den Müll kloppt oder jedes Reiskörnchen umdreht, sondern es geht wirklich um den raffinierten Zucker, der in Säften steckt, der in den Süßigkeiten steckt, der morgens in den Kaffee gekippt wird als normaler Zucker, raffinierter Zucker, ist tabu für mindestens eine Woche. Versucht es mal. Es ist game-changing. Jetzt nicht nur, was die Pilzinfektion angeht, aber sonst generell auch. Ihr dürft natürlich ganz normal Kohlenhydrat essen, ihr dürft Kartoffeln essen, ihr dürft Nudeln essen, ihr dürft auch euer Toast von mir aus essen. Aber lasst doch mal die Marmelade auf dem Toast weg. Lasst doch mal wirklich die einfachen Zucker komplett radikal weg für eine Woche. Ihr schafft das und ihr tut eurem Körper was richtig Gutes und vor allen Dingen hilft es extrem bei der Pilzinfektion. 4. Die guten alten Pro- und Präbiotika. Wirst du sicherlich auch schon mal gehört haben. Ich schiebe mir einfach irgendwelche Milchsäure-Laktobazillen-Kulturen rein und schon wird alles gut. Und ja, tatsächlich kann das sehr gut helfen. Auch bei der Pilzinfektion oder generell bei vielen Vaginalinfekten, die du so mit dir rumschleppst, kann ein gesunder Darm eine gesunde Vaginalflora bedingen. Denn ja, denn wir wissen heutzutage, dass das Mikrobiom des Darmes für unsere komplette Gesundheit natürlich zuständig ist. Aber vor allen Dingen wandern da auch diese sogenannten Laktobazillen aus in den Vaginalbereich und besiedeln dort den Vaginalbereich. Und die sind natürlich gesund und die will man dort haben für diesen, haben wir schon tausendmal erwähnt, schönen Ausgleich an Bakterien. Also ja, auch die Probiotika können eine gute Option sein. Hier gibt es natürlich diverse Hersteller, die Fertigpräparate auch genau für die Vaginalflora zusammengebraut und zusammengestellt haben. Kostet relativ viel Geld, kann man alles machen. Es geht aber tatsächlich auch relativ easy, zum Beispiel über mein beliebtes und geliebtes Flüssli. Ich habe euch das letzte Mal in einem der Videos schon mal ein Rezept vorgestellt, wo es um Zyklus ging. Und jetzt sage ich euch mal das Flüssli-Rezept, was perfekt ist, wenn du einen Vaginalpilz hast. Wenn du das auch für die nächsten zwei Wochen, zum Beispiel morgens, dir gönnst, dann hast du schon sehr, sehr viel für den Darm und auch gegen stattgehafte Vaginalinfekte getan. Ich verlinke ihn euch gerne mal hier und auch natürlich in den Shownotes. By the way, es gibt natürlich auch vaginale Probiotika, die man jetzt nicht in der Zwischenstation Darm lagert, weil das braucht natürlich Zeit. Das leuchtet ein, dass da nicht von einem Tag auf den nächsten irgendwelche Bakterienkulturen entstehen, die dann auswandern. Sondern es gibt auch vaginale Probiotika, die auch gar nicht so schlecht sind. Aber langfristig gesehen ist der Weg der sinnvollere und auch der bessere. Fünfter und letzter Tipp, beziehungsweise ist eher so ein Ratschlag. Wir haben das eben gehabt mit dem Eczem am Arm. Also wenn das ausgestanden ist und ihr seht, oh ja, das wird langsam blasser, es beginnt zu heilen, seht ihr trotzdem noch, dass die Haut ganz schön lädiert ist und ganz schön zu arbeiten hat. Nicht anders sieht es in diesem Bereich aus. Wenn ihr nach einer Woche Anwendung das Gefühl habt, es fühlt sich immer noch irgendwie ungut an, es bitzelt manchmal, es fühlt sich an, als ob irgendwas wäre, dann müsst ihr nicht in den Aktionismus verfallen und direkt das nächste Präparat hinterher schieben und noch ein antibakterielles Präparat, weil du vermutest jetzt eine Superinfektion mit Bakterien. Lass da erstmal die Hände davon. Es kann noch unangenehm sein, es kann noch ein bisschen brennen und bitzeln, weil einfach die Vaginalwände oder auch im Bereich der Vulva noch ziemlich gereizt sind. Und auch wenn du merkst, nach einer Woche Geschlechtsverkehr, es geht immer noch nicht so gut, es brennt und juckt danach, eine Woche Pause tut keinem weh und dann könnt ihr wenigstens eurer Haut die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Natürlich gibt es auch hier Pflegeprodukte noch und nöcher, braucht ihr im Prinzip alles nicht. Wenn du sagst, im Bereich der Vulva, ich sehe da die Stellen, die sind noch ein bisschen lädiert, kannst du stinknormales, biologisch gutes Mandelöl zum Beispiel nehmen oder auch das Kokosöl ist gar nicht so verkehrt. Nachtkerzenöl, alles fein und gut, gut für die Hautbarriere, aber vaginal angewandt sollte das eher nicht passieren. Also gebt der Haut einfach ein bisschen Zeit, ganz, ganz wichtig. Wir erleben es immer wieder, dass die Patienten dann natürlich ein, zwei Wochen später zurückkommen und sagen, es fühlt sich immer noch nicht hundertprozentig gut an. Wir untersuchen und gucken, ob es natürlich ein Rezidiv gibt, ist aber alles in Ordnung. Dann sagen wir, piano, es wird wahrscheinlich schnell besser und das wird es dann in den meisten Fällen auch. So, jetzt wird dir die Oma erzählt haben oder du hast es ergoogelt, ja, ja, du brauchst diese ganzen Medikamente alles nicht. Nimm einfach einen guten alten Tampon und schmier da dir Naturjoghurt drauf und dann schiebst du dir das Ganze vaginal rein und das ist top, weil da sind ja auch Milchsäurebakterien drin. Das stimmt auch. Die Milchsäurebakterien sind da drin und die liste ich euch hier mal auf, was in so einem Joghurt eigentlich drin ist. Und das gilt genauso für veganen Joghurt als auch für den Joghurt aus tierischen Produkten. Das hat nichts mit den Bakterienstämmen zu tun, die du für deine Vaginalwände brauchst, denn die, liste ich dir hier einmal auf, sind, wie du schon siehst, heißen ein bisschen anders, außer dass vielleicht Lactobacillus vorne steht. Und diese vom Joghurt können noch weiter schlimmere Dinge verursachen und auch Infektionen verursachen. Und ich hoffe, es hat sich auch schon rumgesprochen, dass wenn du überhaupt irgendwie Naturjoghurt nehmen möchtest, dass der auch noch zuckerfrei ist, denn sonst gibst du den kompletten Vaginalwänden den letzten Kick. Dann gibst du nämlich Zucker rein, gibt es noch verschiedene und falsche Bakterien rein und die ganze Symbiose ist dahin. Also Naturjoghurt-Tampon, nein. Und ich weiß, jetzt werden wieder einige schreien, mir hat es geholfen, das ist super. Ja, unser Körper ist wirklich ein Meisterwerk. Es schafft es auch, Infektionen selbst zu handeln. Und selbst wenn man aber alles falsch macht als vernunftgetriebener Mensch, der eigentlich was richtig machen möchte, schafft es der Körper trotzdem, sich selbst zu heilen. Aber sei dir gewiss, rein biologisch tust du deinem Körper nichts Gutes damit. Dann noch ein Schlusswort. Das Ganze gilt für akute Pilzinfektionen, die du jetzt hast. Wenn du chronische Pilzinfektionen hast, also über mehrere Monate immer wieder, also rezidivierende Pilzinfektionen hast, habe ich schon gesagt, erst mal gucken, ob es überhaupt Pilzinfektionen sind. Und wenn ja, werden die komplett anders therapiert. Nicht ganz komplett anders, aber dann muss man ein bisschen das System mit dazunehmen, also auch oral was nehmen. Ganz anderes Thema, wenn dich das auch interessiert, chronische und rezidivierende Pilzinfektionen, schreib es mir doch bitte einfach mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, diese zwei Videos sind irgendwie noch was, was dir gefallen könnte. Und vergiss nicht, wenn dir das alles dir gefallen hat, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.